Okay, ganz unauffällig. Nein, was machst du denn? Oh Gott! Hallo! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online. Wir befinden uns gerade direkt in einem kleinen traumhaften Helikopter, den hat Schlingel besorgt. Da vorne befindet sich Maudado. Somebody chillt in the city, aber wir müssen hier nun locker flockig zu unserem Bunker, denn dann geht es natürlich weiter mit den brandneuen... Maudado! Lass Maudado in Ruhe! Ich drehe mich einfach so, dass er den nicht abschießen kann, Maudado. Alles gut. Ich hab doch gar nicht geballert. Natürlich hab ich das auch gesehen. Ach Maudado, du hast so einen süßen Helikopter. Zombie, bist du noch da? Werde auch so eigentlich. Hey, hey! Tschüsschenke! Hey! Wie mache ich jetzt? Ich bleibe drin. Ich bleibe hier aber drin. Mal gucken, ob ich es schaffe, direkt drauf zu landen. Ja? Oh Gott! Oh Gott! Alter Schwede! Juh, das facken ab. Nein! Nein, nein! Maudado! Maudado! Nein, 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 nein! Oh! 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 Mitarbeiter... Schade zusammen. Oh, ich hat es gecaked. Oh, okay. Kann mich einer abholen? Ich bin im Zoom. Ja! Ich hole dich ab. Ich lade dich gleich hier ein. Seid ihr da? Ja, Maudado fährt mit mir runter. Ich bin am Handy. Guck mal, alle unzuverlässig. Keiner da. Ich bin der Einzige, der zum Termin ist. Ich will auch gar nicht. Ich fuhr gerade einfach im Stich gelassen. So, ab zum Planungsraum. Mal gucken, was wir heute klauen, Alter. Da bin ich mal gespannt. Du klaust Sachen? Nein. Puta, einmal hochfahren, bitte. Ah, nice. Beitreten soll ich das Lied. Okay, wieso sitzt du so mit den Beinen? Du musst so sitzen wie so ein Aslak. Ich habe wirklich so eine richtige Aslak-Pose. Es sieht eher aus, als würdest du meditieren. Nein, Mann. Ich stecke mein Revier ab, Alter. Ich lade gerade in die Basis rein. Ich auch, ich bin drin. Ja, bin drin. Okay, Planungsbildschirm. Oh, Akula-Ausrüstung. Warte, das haben wir jetzt hier alles schon abgeschlossen, abgeschlossen? Ja, da ist ein überall Hähnchen dran. Perfekt. Auf ein Dollarzeichen. Dringt in den Tower von Forrest Sankudo ein, um die Position des Akula-Hubschraubers herunterzuladen. Ja, ist rein. Dann machen wir natürlich erst mal wieder die Ausrüstung. Oh, nee. Hey, jetzt haben wir deine Autos hier unten gespawnt. Alter. Hä? Meinst du auch? Oh nein, nicht der Scheißwagen. Okay, Leute, fahrt. Okay, los geht's. Ich halb mich fest. Du kannst da nicht so weit sitzen mit F? Ich halb mich fest. Aber nach Forrest Sankudo. Null. Wadis? Wann geht das denn? Alter, komm her, Palle. Nee, nee, nee. Ich bin doch Fahrer. Alter, Pallehouten, dein Bunker ist perfekt. Wir sind fast direkt dort. Ja, ja, das ist praktisch, ne? Deswegen mit der Mission hab ich sie gekauft. Warum haben wir eigentlich irgendwelche Missionskleidung an? Keine Ahnung. Ich komm mir nix aus so und ich hab einfach keine Mitspracherecht mehr. Ich hab doch, nein, ich hab doch auch nichts ausgewählt. Schönes Bolivgrün. Danke. Wir können Sterne kriegen, ne, Manu? Ja, und? So, jetzt ganz, ganz unauffällig, Fahrl. Ja, ganz unauffällig. Hallo? Das ist wahrscheinlich auch unauffällig. Ja, fahr das Stoppschild weg. Nein, der muss doch, wieso macht der Mini auf? Ich hab da nen Flughafen da drin, ich darf da rein. Ich auch. Hallo? Hup mal, hup mal. Ne, 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 hupen macht die aggressiv. Okay. Ja, fahr einfach rein. Sicher, betritt den... Fahr. Hä? Flug, alles in Ordnung. Das macht ja gar keinen Sinn. Was? Hauptsache Palette im vorverletzten Part, weil es einmal am anrennteln ist und schon Stress. Okay. Wir sollen den Kontrollturm betreten. Okay, ganz unauffällig. Hey, mich rennt ein, was machst du denn? Oh Gott. Wenn seine Hand ausrutscht. Wir müssen hier längs. Oh, irgendwas hat gepiegt. Bip, 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 bip. Wir müssen nach oben. Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Ich bin ganz vorne. Guck mal, jetzt ist hier richtig viel Action. Alter. Die geballte Leitung Action mal wieder. Hallo. Oh, ich hole dich. Ey. Alter, die Treppe runter. War das Absicht? Hab mich irgendwer mit Absicht weggepfeffert? Nein, das ist aber gegen mich gefallen. Hey, das war, als hättest du mich weggepfeffert. Junge, richtig klatsche. Boah, wie viele Treppen denn noch? Oh Mann, meine Bande. Was? Ich hab irgendwen gehört. Oh Gott, wie hoch ist das? Das ist einfach krank. Vor allem, ich begib dich ins Obergeschoss. Oh, ja stimmt, ich höre auch Leute. Ah, ja. Gibt es hier auch einen Fahrstuhl? Wahrscheinlich. Oh Gott, in acht Minuten werden wir entdeckt. Boah, ich fahre schon so krass aus der Puste. Ich nicht. Oh, die geht ganz oben? Oh, Mann, Witz. Kann man hier hacken? Da können wir hoch. Wir müssen weiter nach oben. Jo, steht da. Oh Mann. Junge, was ist das? Das kann doch nicht der in Erz. Das ist ein Fahrstuhl. Wer kann denn sowas designen? Oh? Ja. Oh. Guten Tag, Leute. Hab den Fahrstuhl genommen. Okay. Der führt wahrscheinlich nach unten. Ja, wahrscheinlich führt er jetzt nach unten. Was macht ihr? Ballert die Ball? Ah, ich bin am Eingang. Ich muss hacken oder so. Okay, ja, hack mal. Greif auf die Konsole, okay. Ich mache das Bibi-Bub-Bab-Bab-Bab-Bab. Was ist denn mit denen? Ich verstehe diese Mission nicht, Alter. Ey, man hätte hier den Fahrstuhl nehmen können, bis es hier in die Mitte. Download läuft. Okay, downloaden wir. Oh Gott! Wir haben geballert. Sie haben geballert. Ja, klar. Wir hacken die Sachen. Doch, doch, sie haben geballert. Bis es gehackt ist. Ach so. Download läuft. Okay. Ja, warte, ich mache Bibi-Bab-Bab-Bab-Bab-Bab-Bab-Bab. Es schießt alle kaputt, die wir nicht brauchen. Okay. Cloud-Eifung. Das ist Sachbeschädigung, Zorn-Bail. Ja, das ist Militär. Das macht eh nur böse Sachen. Genau. Das erzählt uns, dass die Erde rund ist. Das stimmt alles nicht. Hier kommen mit, Leute, in den Fahrstuhl. Okay. Lügen. Runter. Alles Lügen. Oh Gott. Korrekt, du Lügner. Da ist der Fahrstuhl. Rein. Okay, rein, 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 rein. Korrupt. Fazit. Raus, 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 raus. Rein, 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 rein. Okay. You piece of shit, was? Das hat er nicht gesagt. Das hat er. Was ist? Ey. 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 Okay. Alle wieder rein. Ab in den Wagen. Komm, ich gehe hinten drauf. Ich bin cool. Ich steige rein. Ich steige auch hinten. Ja. Okay, los, los, los. Er schießt, schießt die Ding. Machen wir, machen wir. Er schießt die Futsch. Kannst du über so eine Schanz rauspringen? Wo müssen wir hin? Ja, raus wahrscheinlich. Wir sollen den Akula schnieren. Wir müssen irgendeinen Helikopter klauen. Ein Akula? Ist das dieses große Flugzeug, was da steht? Oh, oh, da ist ein Panzer. Wir sind tot. Oh Gott. Fahr nach rechts, nach rechts, nicht nach links, da ist der Panzer. Wo ist die Akula? Kann mir jemanden das markieren? Was ist eine Akula? Auf der Map ist nichts. In der blauen Tasche sehe ich auf der Minimap, oben rechts. Ich sehe das da, das sehe ich. Ja gut, aber die ist nicht im Militärgeländer. Ja, die ist nicht hier drin. Ja, müssen wir doch raus erstmal. Ja, ich bin dabei. Oder müssen erstmal die Sterne verdienen. Ja, das kann sein. Aber wir müssen doch stehen in der Akula und ich sehe eine blaue Tasche auf der Map. Ach da, stimmt. Eine blaue Tasche, ach so. Aber das ist, ja, dann fahr da einfach hin. War das auch das Auto, was wir letztes Mal klauen mussten. Das war auch eine blaue Tasche. Okay, dann geht's dann raus. Kann das jemand markieren? Ah, das da? Ne, das ist auch ein Spieler. Was, das ist einfach... Oh Gott! Ja, ja, da ist die Ausflussung. Oh nein! Da ist die Ausflussung. Ich bin rausgefallen. Ich habe eine Ahnung noch. Ich steig wieder ein. Ich steig hinten ein. Hey, warte. Du kannst doch sterben, ist doch nicht schlimm, Paluten. Ja, warte, jetzt bleib doch stehen. Ich steig noch auf, Paluten. War doch nicht. Ich hoffe, weiterfährst. Ich habe dir markiert, na, sieben Kilometer. Viel Spaß. Ja, können wir ein Hedi holen? Das ist doch die offene Welt. Ja, wir können alles holen. Ja, aber dann müssen wir eine halbe Stunde anheben. Könnt ihr die Sterne kurz loswerden? Kann jemand Lester callen? Okay, ich habe zwar kein Geld, aber ich mache schon. Also rufst du nicht Lester an, Maudado? Doch. Ne, ich ruf mich Lester an, aber ich habe mir eine Chula bestellt. Okay, Maudo. Ja, die ist am Strand. Wow, trotzdem noch zwei Kilometer. Ja, aber er ist trotzdem besser als... Ja, Flugzeug ist klasse. Oh, der Halter, der Chula. Was für ein Stunde. Ja, das sind Militärleute. Kann ich das auch in echt kaufen? Gibt es da Merch? glp.tv slash Maudado. Ja. Ups. Und glp.tv slash zombie. Stimmt, das gibt es da noch. Ne, das gibt es nicht. Doch, jetzt schon. Alter, wir springen. Hui. Wir sind tot, wir sind alle tot. Nein, oh, ich bin hier... Nein, oh, ich bin hier... Kenn ich dich wieder aufgörbeln, Maru? Ihr habt einen Kiff, ich habe einen Klacks. Oh, ne. Warum redet er so zusammen? Ich gehe lieber hier hinten rein. Maudado will einfach nicht rausgeworfen werden. Uff. Oh. Ich sehe die Chula. Oh nein, damit werden wir sterben. Ui. 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 Ich will die fliegen. Ich will die fliegen. Okay. Maudado, bitte nicht. Oh, Paluten, du darfst. Bitte nicht. Du darfst ruhig. Ne, du darfst. Okay. Ich habe mal aufgedrückt gehalten. Und passiert aber nichts. Oh Gott. So, wer hat jetzt dein Auto in Stock? So, wer ist bei mir im Boden? Ey, das hat Schnellstart mit Schiff, gell? Okay, los geht's. Ganz einfach Schiff drücken und schon sind wir los. Ui. Ich habe die doch sehen. Ja. Die sieht sogar so aus wie Meilen. Ja, könnte sein. Ui. Das ist aber schön. Das habe ich gerne im Bild. Das ist Pinke. Endlich sehen wir mehr. Ah, ich finde das klasse. Ich finde es gut, dass ich das kontrollieren darf. Hätte der Helikopter das jetzt so besonders? Boah, da hätten wir auch Dance nehmen können. Und los geht's. Hey, aussteigen, aussteigen. Oh Gott. Wir sind doch geparkt. Oh Gott, ja. Ich dachte, ich sehe ja hinten nichts. Also, ganz ehrlich. Du weißt, dass das eine Tooler war, Palut, wo du die Flügel umklappen kannst, oder? Ja, das hat nicht funktioniert. Ja, wir gehen jetzt hier runter. Oh, scheiße. Halt hier. Ich bin auch tot. Jetzt Teamleben, zack, tot. Was? Ihr seid alle tot, außer ich? Oh, ich bin draußen, Mann. Hol uns ab, Menü. Okay, ich hole euch mit der Tooler ab. Nein. Da stehen aber Leute bei dem Ding. Ich weiß, ich töte die gerade. Warte, Palut, nicht über ein Auto. Okay. Obwohl, ich weiß nicht, wie schnell mein Mechaniker ist. Ich fliege, ich bin der Bestling in die Videon. Ich gebe dir von Headshot. Nein, 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 Manu, bitte. Ich will mal fliegen. Hä, wieso habe ich zwei Sterne? Ich weiß auch nicht. Fliegs immer. Weil ihr eingestiegen sind, habe ich zwei Sterne bekommen. Danke. Hä, du hast die bekommen, bevor ihr eingestiegen ist? Globales Signal in sechs Sekunden, was? Ja, ja, die wollen uns jetzt wegballern. Hol uns schnell ab. Okay. Wow. Alter, oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Wir können auch losfliegen einfach, aber... Nee, 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 Leute, ich komm. Ich land das. Ach da. Wir sind tot. Warum nicht hier auf der offenen Fläche? Ich land das. So. Ich bin fast tot. Ja, komm rein. Ja, ich bin hier hinten. Ich kann übrigens nicht töten nach rechts. Ja. Ich kann nicht schießen. Komm. Das ist echt ein Wunder, dass wir noch leben. Manu, steig um. Ich bin tot. Aber Paluten ist jetzt da. Ist doch viel besser. Ich bin tot. Mann. Das ist doch... Sie sind ja alle tot. Ich habe sie. Oh, ich hatte keine Sterne. Ja, fliegt mal bitte zum... Ja, ich habe jetzt auch keine Sterne. Wir haben keine Sterne bekommen. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Manu hat Sterne und ist eingestiegen. Ist egal, komm einfach rein. Hey, Paluten muss doch noch rein. Nein, sind noch alle drin, oder? Nein. Ich bin am Flugfeld. Ja, gut, der fliegt rüber. Warte, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Hallo? Ach da. Leid. Genau, boah. Voll der Jump. Ja. Und wohin jetzt? Wir zur Basis von Paluten. Warte, ich kann ja auch... Ich sehe keinen gelben Punkt. Ah, da. Vielleicht sieht es nichts von mir. Ja, und jetzt... Da ist der gelbe Punkt. Ich habe das Gefühl, dass diese Dinger nicht anvisiert werden können von so Lenkraketen oder so. Aber das sind ja so Tarnhelikopter, oder nicht? Ach so. Also wäre zum Beispiel auch erst die Tarntaste... Also, er hat aber keine Raketen. Der kann nur mit dem Maschinengewehr böllern. Leider. Ich springe auch raus. Tschüss, Menjö. Tschüss. Tschüss, Manu. Boah. Ich hätte gerade fast weggesiedelt. Ich werde der Erste sein. Nein. Ich war Erster. Nee, ich lieg schon drauf. Ja, voll. Die Akula abgeliefert. Akula Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Akula Matata. Na, 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 na. Wie geht's weiter? So, meine, das war's für die mitteiligen Folge von GTA 5 Online. Lasst eine kleine Bewertung, da schaut unbedingt bei Zombiemodator und German Let's Play vorbei. Morgen um 19 Uhr gibt es natürlich eine weitere Folge. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschau, tschau. Tschüss.